25 Jahre ist Sterne, 25 Jahre ist eine Legacy, 25 Jahre ist etabliert und vor allem ist 25 Jahre so ein Statement, dass einfach nur Ruhe ist. Aber manchmal wünsche ich mir, dass es eine Woche wäre oder so. Ja, das erste Mal auf dem Bundestreffen saßen wir einfach nur da, die Bahnfahrt, die Schwester und ich, und haben dann noch geklopzt. Boah, diese hübschen, jungen, Jungs, also Jungs, wir waren ja damals noch jung, wir waren ja knapp 20. Ich bin für dieses Haus aus Köln, die Heather, habe mich auf die Telefonnummern-Station angesprochen und habe mir Telefonnummern aufgekrickelt von anderen Achos, die ich anrufen könnte. Da würde es so Gruppentreffen geben und da soll ich dann hinkommen. Es gibt jetzt Jugendliche, die dadurch, dass die ESD das gestartet hat, in den 25 Jahren Bundestreffen gibt. Jugendliche, die 23 sind und seit dem Anfang dabei sind, vielleicht nicht jedes Jahr, aber auf jeden Fall dieses Ding kontinuierlich hatten und so eine kleine schwarze Normalität innerhalb von Deutschland sich geschaffen haben. Ich versuche es. Ich versuche es.